Hier 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 Dass du mich vorm BD abknallst, Mann Hier ist noch ein guter Spot, oder? Nein, bitte aufs Reinfall mit dem Ding Fuck, Digga, sorry! Fuck, Digga, sorry! Jo, alles gut Die Bullen! Moin! Hey! Hilf mir! Hilf mir! Komm, 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 komm Fahr, 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 fahr Sie haben es nicht gemerkt! Ja! Wie dumm! Warum, 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 Digga? Wie sind die dumm! Darf ich das nicht haben? Halt aber raus hier Hier, das kriegen sie Komm her, hä! Digga Bruder, was geht? Den bleiben, oder ich schieße Okay Zwei Platten Check aus Tappen Lassen wir mal raus HAUS! Ja! Auf zu schießen, das sind Bullen! Das war's Ja, wir haben uns Oh mein Gott, Sticker Auto wechseln, Auto wechseln Ey, mach dein Auto Ich muss mich umziehen Uh! Pendo 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 Mach dein Auto auf jetzt! Es ist jetzt dein Auto Warte, warte, es ist ein Trick, es ist ein Trick, du holst Waffe Ja, mach Mach es auf! Es ist zu, es ist zu Mach es auf! Okay, aussteigen, aussteigen, aussteigen Digga, Lukas, verpiss dich doch mal Dann fahrt du egal, ohne Spaß Ey, Digga Ich wusste es, ich wusste es HA! Ey, Lukas, du bist so ein Fisch Hä? Digga, Lukas, verpiss dich doch mal! Dann fahrt du egal, ohne Spaß Ey, Lukas, du bist so ein Fisch Genau Ich bin ganz oben auf dem Haus Ja, ja, die stehen da unten Oh mein Gott Wenn die weiterfahren, schieß ich auf die Da hinten stehen welche an der Kreuzung auf IQ-Move Die haben mich hundertprozentig gesehen Geh mal hier hoch Dann schieß du Dann? Da unten rechts Ja, der ganze Staat sucht das Die komm, die komm hoch, die komm hoch Mal die Waffe untertunnen 10 Stunden Jetzt komm, jetzt komm Alter, du kannst hier runterspringen Du kannst hier runterspringen Ich darf weg Guck mal Wer hier? Hier Hier Alter, Alter wir müssen in 60 Sekunden respawn Der Maedil kommt schon bei mir Bye Komm, komm zu mir Und we spawnen, we spawnen Oh mein Gott, oh mein Gott Bruder, fahr erst mal die Wüste Wir müssen flischen erst mal Hallo, der Herr Meisenanzug, was wird das? Der Typ labert so, ich reiß dir deine Haut vom Gesicht. Ich fahr vorbei und du schießt. Ja, dann, dann, dann. Fahrt so nackt. Ja, das ist doch. Aufgegangen. Ja, Jammuz, Jammuz, Jammuz. Kommst du hoch? Digga. Was, was, RDM? Das ist jetzt mal scheiße ficken, Regal, Leute. Was war jetzt RDM? Sag mal, was war RDM? Dass du mich vor dem PD abknallst, Mann. Nachdem du mich zehnmal bedroht hast, ja. Ach so! Und deswegen fährt man vorbei und knallt einfach rein ab. Ohne irgendwas, ohne irgendwas. Alles klar, okay. Ich weiß die Scheiße, die Scheiße. Ja. Ich geb mir den Fick nicht, Alter. Digga. Ja, keine Ahnung. Das ist Gangsterkabel, Digga. So ist es. Guck mal, er macht mit zehnmal, droht er mir. Er droht mit zehnmal. Komm her, komm her, ich teils dich ab. Verpiss dich jetzt hier, verpiss dich jetzt hier. Dann fahr ich vorbei, knall ihn ab und fahr weg. Was ist daran verboten? Ich werd jetzt einfach auf den Punkt, wo mir das eingegangen ist. Ich hätt ihn gewirft. Die Sache wär geklärt, aber... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.